Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite Heute mit der 14. Folge Wir haben hier ziemlich spannend aufgehört Und ja, ich bin gespannt wie es hier weitergeht In der letzten Episode sind wir hier durchgedrungen überall Und ja, hier sind schon die Nächten was Ach nicht Okay, die Schlacht mir jetzt abkommt Decker Alter, was machst du hier? Oh, oh Alter Ach so, das ist dieser Komm, bitte Danke Das ist ja dieser eine Perk hier Wenn man wenig Gesundheit hier hat Dass man extrem mehr Schaden macht Äh, wo bist du? Also zweifache Boah Jetzt dumm Ist sie irgendwo hier oben Schau wir nach Ach hier Na sag ich's doch gleich, ne Headshot So, das war's wieder Ich liebe sowas, solche Geschichten Wer sowas mag, ich kann nur die Serie French empfehlen Lockpick Die Tür war aber vorher noch nicht da, ne Ne Die war Honda Pro nicht, noch nicht hier Oder die war versperrt, glaube ich, ja So, jetzt haben wir alles voll Ausrüstung Dann töten wir Teufelskuss Schockjockey oder Bocken der Bronzo Ich benutze nur Schockjockey Spreng die Effekte auf nahe Feinde über Vergleich Ähm Nutze ich eigentlich nie so oft Nehmen wir mal das, wir können es ja noch umdrehen Drei Picks, klar Lassen wir's Mal schauen, was es hier gibt Ja, das Idee ist, wo das so eine M-Massilver-Eagles drin lauern Ja, klar Ja, klar Anscheinend nicht Hier war auch noch irgendeine Tür, glaube ich, die versperrt, war hier unten Kann das sein? Autsch Oh, da gibt es die jetzt nicht mehr, oder war das die obere, so war, glaube ich Ne, hier Ne Ah, hier haben wir es Jawohl, ne Infusion Jetzt machen wir immer Gesundheit, ne Das ist mal Das mehr gehen Salze voll Ne, Jen brauchen wir nicht Das Toll auch nicht Rauchen wollen wir auch nicht Aber hier können wir ein bisschen was durchsuchen, ne Haben wir aber schon alles Ähm Love Picks Davon kann man nicht genug haben Hoppula Ah, danke Ich hatte schon so gewundert Warum du so Gespickt hast, sagen wir mal so Achso, wir haben noch nicht komplettes Salz Ähm, kaufen wir uns nochmal für den Karabiner hier Einmal was, dass wir wirklich volle Munition hier haben Nur ich glaube, hier draußen wartet Wieder Ne Also ein Empfangskomitee Schätze Ah Kommt, jetzt dann Muss es mehr geben Ne, jetzt drinnen und das alte Jetzt steht er hier Was ist das jetzt? Waffenschmied freigelassen Also Chandlin, oder wie? Ja, Chandlin Verfahren gegen Chandlin eingestellt Was könnte hinter diesem Ende stecken? So eine Frau Ist das nicht eine andere? Vermutlich sein Schwager der Sicherheitschef bei Fink ist Achso Interessant Also hat Sein Schwager ist einflussreich, oder wie? Aber der ist ja vorher Kann ich die jetzt nicht nehmen? Ne, anscheinend nicht Ähm Ja Der ist vorher zusammengeschissen worden Tja Das ist in der Parallelwelt hier ist alles etwas anders Mal schauen, wie es hier draußen aussieht Ein Schwendler bleibt ein Schwendler Äh, das speichert schon so Äh, die Tore waren aber vorher nicht, so kann das sein Okay Ach, immer gleich Rumballern Komm, ist man hier draus Wo? Das Flaggschutz Ich seh's nicht Er lebt noch immer Boah Alter Achso, wo das so ein Ähm Wie nennt man das hier? So Ja Das hieß da einfach so Molotow Cocktails Äh, komm ich hier drüber Ne, dann hier Komm Er will nicht Ähm Komm jetzt waschen wir Scheiß drauf Der hat kaum noch Leben gehabt Von vorher Autsch Komm Komm wirklich auf Und Oh, das Gepanzert Ja, oder wie? Ist der tot? Ne, der ist doch nicht tot, ne Boah Ach, der teilt mir aus Aber jetzt ist der tot Auch nicht Noch ein Geschütz Hier hinten auch Shortcut Weg mit dir Komm, Geschütz Gib ne Ruhe Komm, lad dich auf, lad dich auf Ne, ich muss noch lang Mal ist es immer zwei Hits aus, aber Ich spiele ja hier auch schwer Also Komm, ich bin Wenn im Head glüht hier Du kannst mich nicht treffen Komm, du kommst hier rum, oder? Nicht mal Dann komm ich Nachladen Und weiter geht's Ah, die Streuung wird extrem Hier bin ich Tot alles Alter, ich hab überhaupt keine Money mehr Ja Der Job fängt jetzt nicht, weil wir hier seine Männer Regelrecht abschlechten Abschlechten, hoppala Abschlachten, mein ich natürlich Für den Karabiner Immer erwünscht Bitte komm Ne, haben wir das gleiche Aber in dieser Welt Gibt es anscheinend auch die Vox Populi hier Nur dass sie eingesperrt werden Und nicht umgebracht wie in der anderen Welt Jetzt müssen wir hier Chantlen finden, oder? Aber der dürfte hier ja wieder leben Ich bin gespannt Und das Ganze mit den Luthers Ich bin gespannt, wie das endet Aber ich glaube meine Theorie stimmt Lockpicker wohl Der war aber vorher noch nicht da Und der Pro Das brauchen erst wahrscheinlich Wenn der Elisabeth Daneben läuft Läuft, meine ich Und hier ist was Brauche ich nicht Ja, jetzt haben wir glaube ich eh alles Ziemlich durch Kann sein, dass hier irgendwie nicht an Die Rand hängen kann Ich verstehe es auch nicht so Keine Ahnung Schauen wir mal, was hier los ist Chanty Town Auch heilig, was hier passiert Oh Hier hinten kaufen wir uns noch Money habe ich jetzt vorher vergessen Auf geht's Karabiner Hoppla So Ich kann mich hier nicht mehr ranhängen In diese Welt, oder wie? Schade Das ist natürlich nicht so Jetzt muss ich wieder aus Ach scheiße Okay, hier haben wir noch was Die Pferde gibt es hier aber noch einmal Interessant Hier habe ich noch nicht gesucht Ach, hier noch Factory this way Ah, hier kommen wir noch nicht rein Ich schätze mal später Chandlin Schauen wir rein Aber hier ist schon alles durchsucht, oder? Von vorher Das verstehe ich auch nicht so ganz Vielleicht ist der Bug auch in dieser Welt Da könnten wir ihn zweimal treffen Ich bin gespannt Ja Schauen wir mal rein Es ist schwer verstellbar, dass der Chinese Chandlin Wieder lebt, schätze ich mal Ne Suchen wir diesen Waffenschmied Vielleicht ist er jetzt oben Ah Damals war es Buddha Eingespannt Also hat er wirklich eine andere Frau, oder? Wer ist das hier? Ach, ist es hier Chandlin jetzt, oder wie? Ja, das ist Chandlin Verzeihung, Chandlin Wer seid ihr? Sprechen lauter Lauter Ich nichts hören bei dem Lärm hier, sehr laut Ich bin Booker DeWitt Zurück Diese Maschinen, sehr gefährlich Button unten bei Missies Lin Äh Daisy Fitzroy Äh Wir müssen sie sprechen, wegen einiger Waffen Maschinen, sehr gefährlich Kein Ort für Dummköpfe Woll den Hübschen Kopf verlieren? Mr. Lin Was hat er denn nur? Wie er der Tod in der Ziele lag Er ist in der anderen Welt tot Darum Schauen wir mal Wie würdest du das verarbeiten? Ich weiß nicht Jetzt ist sie da Beruhige seinen Geist Blindere seine Last Bring mir Chandlin zurück Ja Er hat eine andere Frau Sprechen wir mal Mit ihr Sie beteten uns, komm, stop Die andere Frau von ihm war eine Chinesin Die hat für Buddha Gebetet Schauen wir mal Verzeihung, Ma'am Ich suche nach Mrs. Lin Ich bin Mrs. Lin Nein, ich meine eine kleine Chinesin Sie war Bucke Das ist Mrs. Lin Sie haben Chans Werkzeuge Was ist da ohne seine Geräte? Nun, ihr Mann ist etwas durcheinander Wenn er nie wieder arbeiten könnte Ja dann Vielleicht Mrs. Lin Wissen Sie, wer die Geräte Ihres Mannes hat? Verdammte Polizei Hat alles mitgenommen und weggesperrt Bei Wahrstelle in Shantytown Da haben wir es Ab nach Shantytown Ja Hat sie nicht Würde es ihm helfen, seine Geräte wiederzukriegen? Keine Proz Wenn Chen Lin seine Werkzeuge nicht hat, kriegen wir keine Waffen Wir müssen nach Shantytown Ach, das wird alles wieder viel Viel, viel verzwickter Aus aus der Waffenschmiede hier Oh, oh Leck Jo Scheint er Mode zu sein Dieser Riss Ob das so eine gute Idee war? Hm, hm Ne Der Riss ist alles schon Oh, schon wieder Gegner Wo? Ich stehe ja nicht Auch hier Oh Das Ziel ist hier etwas Scheiße Warum schieße ich lieber aus der Hüfte? Hm Ach, hoppla Das ist ein Pferd Haben wir ihn? Boah Von allen Seiten Boah Das ist schon brutal Wenn der Siver schreit schon Boah Trotz Was wir das Schild auf Maximum haben Oh, oh Ist trotzdem ziemlich schnell kaputt Ja, ich brauchte uns eine Perk hier Tod? Ja Ach, komm Otto Komm Oh Elisabeth ekle ist auch Ja, ich brauch solche schwachen Leute Ich hab nicht meine Kräfte Ich hab's doch schwer Jetzt mach ich doch mal hier reinschauen Was ist hier? Oh Weg mit dir Okay Okay, haben wir alles Hier ist es auch schon offen Facebooker war hier oder wie Also auch der andere Booker Aus dieser Dimension Aus dieser Zeit Also aus dieser Welt meine ich Also hat er sich exakt so entschieden Wie ich Aber Kommst du Kehrst du noch immer Haben wir hier gesehen An Mrs. Chen Also Mrs. Len Das ist Channing Town Ja Jetzt ist nicht mehr hier Diese Gondeln Ja, kaufen wir was Ich glaub Hoppla Inspirationsgewerben Wir haben nichts gebraucht Das hier auch nicht Danke Kann ich das wegfahren Ich hab's hier Wo nen Schalter So was da Ach hier Jawohl Da hast du recht So Sorry für den Cut Leute Aber Gerade hat es gelitten Geläutet Wie man auch sagt Und ich hab hier Einen kurzen Aufnahmestopp eingelegt Aber Jetzt geht es weiter Versuchen wir das schnell Und Moni Haben wir alles voll Dann auf geht's Nach Channing Town Uh Deco Verdammt Hier geht es gleich wieder los Wo haben wir den Gegner Wir haben keinen Ich treffe nichts Nächster hier oben Ach das ist so ein Raketentyp Nee Boah Alter der schluckt eiskalt In den Shot Zwei Drei Kein Problem Alter Jetzt aber ne Bremme nicht Oh ich hab die Rakete abgeschossen Ob nicht ihn Alles was Ich gesend mich mal Zu dir Ja Alter Ich hab mir das gar nicht Aufgefallen Dass ich So nicht gesundheit noch hab Scheiß Raketen Ich treffe mal die Rakete Und nicht ihn selbst Das kann nicht was Ich treffe immer die Rakete Oder dann schießt man Alter Ich wollte jetzt die Rakete nicht Stirb Alter Ach ich hasse diese Hölle Mit den Leuten Die es will aushalten Dann haben wir Kommen wir das weh Oh Warte Dann holen wir uns Hätte ich gedacht ich blieb schon runter Weil Es mir nicht angezeigt hat Dann haben wir Waffenrad Oh das war es schon Oh das war es schon Oh das war es schon Salze voll Durchsuchen wir das hier schnell Hier kommen wir nicht rein Hier auch nicht Hier auch nicht Was ist hier Ah Ne das ist doch immer das alte Ach ich brauch endlich mal ein Schadensupgrade Das wäre richtig wichtig Ob die Leiche nicht gesucht Aufzahlen sind nicht früher Und ich glaub den auch nicht Gut Schon dabei Dann auf geht's Ich warte hier unten Jo Aber so geht es schneller Oh nice effect Okay Warte noch kurz Hier kommt man eh irgendwo rein Aber Hier gibt's eh auch nichts Denk ich Denk ich Ja Will ich Schrank durchsucht Wo Ah hier Ich übersehe denn hier Wenn nicht mehr so trainiert Im Erspänen von Wie sagt man hier Gegenstellen Sagen wir mal so Wahrscheinlich müssen wir mit dem Aufzug fahren Mit Aufzügen haben wir derzeit noch keine gute Erfahrung gemacht hier im Beispiel Hm Revolna brauche ich nicht Ja dann gibt es hier eh nicht mehr Hier will ich dahinter aber Kann ich hier nicht aufmachen Ich weiß es nicht Schauen wir mal Elisabeth Auf geht's Jo Hey Jetzt fiel Elisabeth nicht mit Elisabeth liegen die Menschen in Chanytown am Herzen Wie sie Kopf und Kran Was sie Kopf und Krattenkost Jetzt ist sie doch Dabei Jetzt steht die Statue woanders Ein Mädchen das Tote aufwecken kann Dessen einzige Bekanntschaft ein riesiges Vogelwesen ist Ich muss sie sicherlich wirken Du hast nur schlechte Karten erwischt Ich gehe nicht in diesen Turm zurück Auf gar keinen Fall Wir hören erst auf wenn sie dich haben Warum Was habe ich ihnen getan Du machst ihnen Angst Gut Gut Auch hier ist das Armutsfett Das habe ich jetzt machen müssen Ja ich tue euch nichts Ich tue euch nichts Es wärmt sich Im Feuer Hier ist ja auch nichts Gut dann Auf geht's Wohin müssen wir Hier gut dann gibt es hier sicher irgendwas Ach hier haben wir auch einen Helfer von Fink Aber die werden hier abgeschlachtet von mir Ne Infusion Ich hab's ja gewusst Wir haben schon der schon fertig Also Nun Gesundheit Brangen brauche ich nicht Ich kann mich auch nichts nehmen Nur Die Lockpick und das wenig Geld Hier unten muss ich eh auch nicht Ja Dann schauen wir mal hier Wer sagt das Hier Auf bollerem hab ich in den Headshot Gedrückt Hey Werd nicht frech Junge Boah Hier gut aufheben Danke Repetierer habe ich nicht Die Muni hätte ich auch voll Gibt's hier wieder Ne Auch das gleiche Brauche ich nicht Hier gibt's auch nichts Warte man Für den Repetierer kaufen Äh für den Karabiner Meinen ich kaufen Und was Prost Ich könnte aber ich glaube dann wird der ziemlich Agro Und das wollen wir nicht Ich könnte ihm das Geld nehmen Schauen wir mal hier rein Oh kleiner Bug Wollte der Äpfel klauen oder wie Hallo Eine Gitarre Schade dass ich nicht spiele Sehr gut für die Stimmung Da hast du recht aber Mir wird das zum Ende Interagieren angezeigt Jawohl Okay Will the circle Be unbroken By and by By and by Is a better home Waitin' In the sky In the sky Alter Das war jetzt gut gemacht Das war jetzt gut gemacht Mit der Gitarre Muss man ihn lassen Also Ich lass ihn sehr viel Schlüssel Für was wollen Boxen und Regeln Klar Von Daisy Fitzroy Wenn man gezwungen wird In den Untergrund zu gehen Dann sieht man die Dinge von unten Und unten Auf dem Boden der Stadt Sah ich Feuer brennen Und Feuer erzeugt Hitze Aber es hat keinen Mund Daisy Nun sie hat ein Mundwerk Das für alle Feuer Kolumbias reicht Okay Daisy Fitzroy ist hier anscheinend noch immer Die Startsweinde Aber hier manchmal Gehen wir hier wieder raus Hier rauf Hier gibt's auch nichts zum sehen Oh Ich hänge fest Klar Mach Gerne Wofür sag ich das hier ein Hier gibt es auch nichts mehr oder Also dieses Fass Ne Dann schauen wir hier noch ganz kurz Wie viel Bioshock eigentlich so optional zu bieten hat Weil das Wo wir vorher gerade waren Und da wo wir vorher waren Das war ja eigentlich alles optional Wo ich Also Bukka die Gitarre gespielt hat Und Das ist schon nicht schlecht Auch hier ist einer im Sterben Aber ich kann auch nichts tun Ja Bevor wir hier weitergehen Machen wir einen kleinen Cut Weil jetzt haben wir eh schon locker eine halbe Stunde Also fast eine halbe glaube ich bei Sam Ja ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen Und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play bei Astro Genfernet Ciao Ciao